Moin Leute Willkommen zu einer weiteren Folge GTA Online mit dem Zocker und mit dem Apula Apula ist auch mit dabei Ich steig mein Auto auf jeden Fall Mist, nein Ja Okay Nochmal Was nochmal Nochmal oder wie Was heißt mit nochmal Weiß nicht Was wir können weiter machen Fragen wir mal so, funktioniert grad alles bei euch? Äh nö, es leckt aber egal Oh man Ich weiß nicht wieso, frag mich nicht Ja aber auch nur in den Missionen ne Ja warum Vielleicht Leckt Weil da hat einer von uns high ping und dadurch leckst du halt Kann auch sein Also ich hab keinen high ping Oh man Ja das im Kratzen Obwohl daran kanns auch nicht liegen weil Rabenstein ist grad neben mir gefahren vorhin und Wir hatten keine Probleme Ja keine Ahnung wann das liegt ey Wann ich Ahja Manchmal gehts manchmal nicht das war komisch Du hast ja morgen Zeit das Strom zu kümmern Ja normal Das Windows und so wie gehts das Ja schlimm kann sein dass du ein Windows 10 Grad Update machst im Hintergrund Nein Nein hat er nicht Aber wenn dann merkt er von Leistung halt ich will Da wird Leistung ja kaum was zu tun Hey mit dem Internet Oh man ich bin auf dem Dach Man ich komm nicht mehr hoch Oh man Lass mich hoch Lass mich hoch Lass mich hoch Das ist Edson alter Deine Tür ist schon mal schrumpf Ja egal Man Man Alter mit dem Kotzen gerade ne Alter Ich fang richtig gerade scheiße Richtig mies Du hast halt deinen Bugatti genommen Nein T20 Achso Hätten wir Bugatti nehmen sollen Wär vielleicht besser gewesen Wär vielleicht besser gewesen Wär der T20 Welcher ist denn der? Der neue der 2,2 Achso Ah den hab ich auch Was ist das neu Der ist schon ziemlich alt eigentlich Wärst du willst alt Das neu ist er noch nicht Okay 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 Wir sind gleich da Wir sind gleich da hoffentlich Alles klar wir sind gleich da Oh nein Ah Es hat sich viel Unfälle hier einfach fort Ja ist heftig alter Ab und zu lag das irgendwie Ja der Ramschall macht auch ganz viel Unfälle grad Was hier woran das liegt das Die erste Aufnahme liegt das so geil mit Fraps alter Okan ist weg und dann gegen Absturz Nein Nicht sterben Nein bitte nicht Aaaaaaah Hey ja ja wie oft wir uns überschlagen Ja ne heftig Ja ne heftig Durch eine scheiß kack Ding da eine scheiß Das ist echt Stein oder sowas Seid ihr schon da ja ne Ja So Ne jetzt schieß mal ab Nein verdurch verdurch Nein erstmal Ne warum Ihr könnt doch auch helfen Komm Shane ich mach das ja schon Ja Ja Snap den weg alter GG Ja mach doch auch Ja Das ist kein Problem für ihn Ja Wir können doch Wir können sowieso nicht man halt Wir müssen sowieso warten Bis das Ding da weg ist Warte auf den Konvoi Steht doch da Na Na am Schotieren Kannst du das sehen Ne der Hubschrauber ist noch nicht zu sehen ne Weiß ich nicht ich sehe ihn noch nicht Und jetzt ist der da Ja Ah, schafft er das? Ja, ja, ist down Ja? Nein, der fliegt doch noch Ja, bei mir fliegt er auch noch Na, komm schon, geht los Okay, er ist tot Ein Scharschützengewehr, Alter Läuft Okay, 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 okay Okay, okay Hier sind sie, hier sind sie Alter Wir müssen ein Auto haben, ne, das Auto Weißt du, ne, darfst du nicht zerstören Ein Panzerwagen auch nicht, das brauchen wir auch Ja, hallo, Alter, lol Die geht nicht da Mama Ich hab jetzt auch gerade geleckt, aber Ich hab jetzt so gut Für CSA, Alter, heftig Aber ich muss einen Panzerwagen nehmen Ein, dann muss Panzerwagen nehmen Weil ich auf jeden Fall sage Nein, ich will auf der Dings dann, Kanone Ich will fahren, ich will fahren Ich will Kanone, ich will Kanone, ich will Kanone Dann nehme ich den Laster Ja, wir beschützen dich Oh Mann, ich will nicht einsteigen, Mann Ich muss rückwärts fahren, bitte Du musst hinten einsteigen Nein, mach das so schon, das geht so Siehst du? Zack Okay, los geht's Warte, schimm mal, du Oh mein Gott Schimm mal, jetzt nicht bewegen Oh, ich wurde von vorne abgeschossen Mama Ich seh nichts Schiss, schiss, schiss Ja, fahr Zocker, fahr Warte, lass mich vorbei, lass mich vorbei Du hast ihn nach vorne gebracht gerade, im Fall Ich? Ja, aber zocker, zocker Oh, bei mir fliegt der zocker einfach Ja, ne? Doppeldeck wie gut, alter Ja Nein Okay, hab gesagt, du komm Ja Ähm, Apuda, du musst uns vorlassen Ja, ja Bei mir bist du vorne Ich hab ein 50 Kaliber Ding, alter Wenn ich mich drehe, alter, heftig Oh, nix Oh, nein, 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 nein Ja, ich, ich hab, ich kann nicht hoch Ich muss weiter, fahr weiter, fahr weiter Jetzt kann ich Geht nicht down, alter, geht doch Okay Wir schaffen das, komm Wär doch gelacht Äh, jetzt, jetzt einfach halten und drehen, Apuda Apuda macht das schon Ja, ich bin dir ein letztes Mal auch untergefallen Ich doch nicht Alles easy Wir Türken dann schon sehr früh mit dem BMW 3er zu fahren Naja Du hast recht, das hast recht Mindestens ein 3er Mindestens, ja, aber ein paar Jahre Eigentlich eher ein 5er oder 6er Ähm, ja, geht doch mal down Ich hab' den Panser in den Wagen Ich hab' den Panser in den Wagen Wie kann der sterben? Ja, keine Ahnung Äh, ich weiß nicht, wie das gehen soll Egal, jetzt sehen wir uns gleich wieder Ja Da schreibt der nochmal LOL rein, ey Komm schon, ey Verdammt Ja, ich, ich verdammel dich jetzt Kann mir schaffen, da ist doch easy Wär doch gelacht, Alter Wenn ich jetzt hier mal sterben will Ja, das wär' peinlich Aber wir sind halt wieder da, oder? Ist hier ganz von vorne Naja, wir sind hier an der Brücke Alles klar, weiter geht's Wir müssen jetzt wieder nur auf'n Heli warten Ja Ne, die Heli ist weg Glaub ich, weiter nicht Ist die Heli weg? Alles klar, weiter geht's Muss ich voll nicht, Alter, aber egal Ja, aber weiter Ne, wir müssen die Heli nochmal abschießen Mach dir Ach, das würde ich jetzt nicht sagen Plötzlich, ich würde's auch mit ihm aufnehmen Bin mir ziemlich sicher Ob ich gewinne, ist das anderes Ich würde's auch mit ihm aufnehmen, aber ob ich gewinne, weiß ich nicht Alter, wenn ich mit der Sniper zoome, dann höre ich den Helikopter Aber sehen tue ich ihn nicht Er läuft, ne? Na, na, na Ich versuche auch mal mein Glück Ich hab ihn getroffen Warst du das, oder ich? Ich hab ihn getroffen, ich hab grad 25 Punkte Aber ich hab den Beifahrer getroffen Ja, ich hab ihn Bam, mit nem Schauschätzgewehr Warte, ich komm mit Ich komm mit So, macht man das Geht doch easy, was habt ihr denn, ey? Der ist schon besiegt, ne? Warte Keine Granaten oder so Wir brauchen die, kacke Der ist erst down Der ist ja wahre Erstmal Kurama durch Also, hier, Rammsteinchen Der ist mir aus Okay, ab, 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 ab Ich schaffe das, ich schaffe das Alles draufwandern, Alter Ah Okay, ab, ab, ab Ja, wie ist das noch jemand? Ja, der ist schon tot Ah, man Immer auf als Richtung Da ist noch einer Da ist noch einer Mach ihn down Mach ihn down Nein, jetzt ist er weg Da, stein Steck schon auf Ja, ja Wo ist das? Du wirst die sterben jetzt wieder, ey Hab ich keinen Bock zu Und er hat jetzt mal einen Kuramara Wenn er nicht ins Wasser fällt, sollte er überleben Röderisch Ah, mit dem Kurama seid ihr unterwegs? Ne Ich bin mit Nein, nein, ich bin jetzt mit Ich fahr jetzt den Truck Aber der Rammstein hat meinen Kuramara Kurume Kurama, 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 Kurku Kurama, Kurama, Kurama Irgendwas mit Nisch, Kurama, Kurama Ja, aber da wird der Kurama ausgeschrieben Nicht Kurama, nicht Kurama oder so Achso, das meinst du, ja Ja, wird er ausgesprochen so Witzig, ne? Manche wird dann irgendwie Anders geschrieben als ausgesprochen Ja, ist oft so Voll komisch Was liegt das? Naja, warte Ah, geht down Ja, bumm, der ist ja weg Okay, alles unter Kontrolle Oh, Explosion Kaputt Oh, der ist kaputt Ja, der einer explodiert auch gleich Oder? Ist kaputt Weiß nicht War einfach Passt du? Ja, ja, ich bin schon durch Aber hinter mir ist Heli Ja Ja, ich versuche den Abzupackern Aber es ist ziemlich schwer Wenn ein Zocker So zigzag fährt Ja, ich sehe ihn nicht mehr Fahr zurück Da Hab ihn Was ist alleine? Ja Weitest du noch? Wir müssen hier vorne den Weg Freimachen Naja, kein Ding Easy, Jungs, easy Kein Ding für den Team Verlore, ich bin schon Einer nachmache Gleich reporten, Junge Du hast den danach gemacht Upsala Das können wir fett den Titel schreiben Ja, dener Äh, dener Fett den Titel schreiben Genau So, ist kalt, also richtig dreist So gut, hier noch kurz chill Auf die Warten Ups Ups Was schiebt die denn hier, Terrorjungs? Das ist die Tankstelle, schiebt meine Tankstelle da Ups Ja, ist noch ein Tanker Wir müssen da hinten Fahr dahin da Wir können nachher noch durchschießen Komm schon, Truck Ja, besser, wir schaffen ja So, ja, kein Problem mehr Okay, der ist ein bisschen am Auto gestanden, ne Würde ich mal sagen Komm schon, komm schon Jetzt kann ich dich ab, Alter Komm Geschafft Ja Ja, oder? Ja Ja Jawoll Geht doch Wenn ich jetzt hier drinnen explodiert Hätte ich mich weggelacht Da hätt ich nicht mehr weitergemacht hat Eigentlich noch mehr Sieht gut aus Ich will den Lass Nein, Lass da so Sag blablabla Ich kann kein Deutsch Deutsche Sprache, schwere Sprache Ja Deswegen Monika den Nacken aus dem Herzen Schleppern Auch überall hier hinten Und die Stänge Ja, ich Brunse Brunse, Silber, Gold Ich bin Platin, was ist da los Was ist da los, ihr Anfänger, ihr Anfänger Ich bin Platin, ich hab nichts gemacht Also ich würde dann sagen, wir machen hier einen Cut Und Sehen wir uns gleich in 3, 2, 1 Go Tschau Tschau